Wempe, ein Schmuckhändler, ein Uhrenhersteller, eine ausgesprochen interessante Marke mit einer überraschend offenen Kommunikation. Interessiert? Bleib einfach dran! Hallo und willkommen bei Watchmax des Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast zu einem weiteren Teil meiner Glashütte-Serie und einem weiteren Video ohne Bilder. Ja, heute geht es um Wempe, genauer gesagt Gerald D. Wempe, GmbH und Co. KG mit Sitz in Hamburg. Warum ist eine Hamburger Firma Teil der Glashütter-Uhrenserie? Die Antwort ist ganz einfach, weil die Uhren gemäß der Glashütte-Verordnung zu einem überwiegenden Teil in Glashütte produziert werden und der Produktionssitz und die Werkstätten und die Abläufe alle in Glashütte stattfinden. Und warum ein Video ohne Bilder? Ja, auch die Antwort ist ganz einfach. Ich habe, wie immer, wenn ich solche Videos mache, wo ich sehr viele Fotos verwenden möchte, die mir nicht gehören, bei den entsprechenden Firmen angefragt. So auch bei Wempe, habe höflich angefragt, gesagt, ich mache ein Video über die Uhrenmarken aus Glashütte, möchte auch eins über Wempe machen. Und damit es nicht so trocken und langweilig ist, würde ich gerne Bilder der Webseite verwenden, um das, was ich sage, auch bildhaft untermalen zu können. Wempe hat unmittelbar reagiert, sehr schnell innerhalb von 48 Stunden, finde ich mega gut und hat sehr höflich, aber auch absolut unmissverständlich sinngemäß geantwortet, dass die Fotos von Wempe gemacht wurden für ihre eigene Webseite, für ihren eigenen Social Media Auftritt und sie an einer Kooperation kein Interesse haben und meine Anfrage ablehnen. Absolut okay. Die Antwort kam von einer Person mit Leitungsfunktionen aus dem Kundenservice. Insofern gehe ich davon aus, dass das auch absolut im Sinne von Wempe ist, dass diese Entscheidung so getroffen wurde. Ich kann damit sehr gut leben und ich finde es auch wirklich gut, dass Wempe schnell, direkt, höflich und offen geantwortet hat, was leider nicht jede Uhrenmarke schafft. Für euch finde ich es sehr schade, weil dieses Video dann mal wieder ein Video ist ohne Bilder, aber ich werde nichtsdestotrotz, weil Wempe fest zu Glashütte gehört, selbstverständlich dieses Video über Wempe auch machen. Wempe ist ein ganz, ganz altes Unternehmen, wurde 1878 bereits gegründet, ursprünglich als Uhrenwerkstatt, Uhren- und Schmuckhandel und sitzt seit 1900, muss ich kurz schauen, sieben in Glashütte. Einen unglaublichen Sprung und Wandel hat Wempe vollzogen, als Kim Eva Wempe in die Geschäftsführung eingetreten ist, beziehungsweise schon vorher, als sie eine eigene Schmuckkollektion in das Portfolio von Wempe aufgenommen hat. 2003 übernahm sie die Verantwortung für das operative Geschäft und zwischen 2003 und 2011 unter ihrer Führung in ihrer Ägide hat Wempe den Umsatz verdoppelt und die Anzahl der Mitarbeiter verdreifacht. Also ein richtiger Push und richtig massiv investiert, toll gewachsen, finde ich beachtenswert und kann man eigentlich nur den Hut vorziehen. 2005 hat Wempe die zerfallene und eigentlich nicht mehr zu verwendende Sternwarte in Glashütte gekauft und neu aufgebaut. Heute ist die Sternwarte in Glashütte nicht nur das bekannte Zentrum zur Zertifizierung von Chronometern in Deutschland, sondern auch ein Ort des wissenschaftlichen Austauschs und eine Ausbildungsstätte für Uhrmacher. Richtig klasse, finde ich super, dass Wempe hier nicht nur in die eigenen Uhren investiert hat, sondern auch andere Uhren, so sie es möchten, Chronometer zertifiziert, einen Platz für den Austausch bietet, ausbildet und auch sich wissenschaftlich mit dem Thema Uhrenzeit, Materialkunde, was auch immer dort passiert, auseinandersetzt. Richtig klasse, eine tolle Entwicklung und ich bin sehr gespannt, was wir dort noch in Zukunft erwarten können, denn eine solche Investition tätige ich natürlich, wenn ich das als Zukunftsinvestition sehe und in dem Markt gegebenenfalls wachsen möchte und mich auch weiterentwickeln will. Seit 2006 werden die Uhren von Wempe in Glashütte gebaut, zumindest meinen Unterlagen zufolge. In dem Punkt war es nicht ganz eindeutig, ob schon vorher oder 2006 in der Sternwarte, da bin ich nicht ganz sicher, aber 2006 ist zumindest eine Zäsur des Uhrenbaus für Wempe in Glashütte und dann 2011 nochmal, als die Kapazität durch einen Neubau der Uhrenwerkstätten um ein Vielfaches vergrößert wurde. Auch das zeigt, wie stark Wempe in diesem Bereich wächst und sich vergrößert und auch zu den größeren Spielern des deutschen Uhrenmarktes gehört und gehören möchte. Zum Portfolio von Wempe möchte ich auch einige Worte sagen. Alle Uhren von Wempe werden in der Sternwarte Chronometer zertifiziert. Es gibt einige große Produktlinien. Zum einen gibt es die Zeitmeisterlinie, die sich aufteilt in Klassik und Flieger. Das ist in Anführungsstrichen die günstigere Linie, wirklich in Anführungsstrichen, die bewegen sich größenmäßig nach dem, was ich gefunden habe, zwischen 38 mm und 43 mm und preislich zwischen 1.400 Euro bis hoch zu knapp 3.500 Euro. Bei den Uhren und Linien beziehe ich mich immer auf die mechanischen Uhren. Viele der erwähnten Uhren gibt es auch in ähnlichen oder optisch fast gleichen Quarzvarianten, die ich zu Zwecken der Vereinfachung aber einfach außen vor lasse. Das heißt, Größe, Preise und Linien beziehen sich auf die mechanischen Uhren. Wempe hat aber auch Quarzuhren im Angebot. Die Zeitmeisterklassiker hatte ich erwähnt, die Zeitmeisterflieger sind ähnlich im Größen- und Preisbereich. Auch hier gibt es drei Zeiger, Chronographen. Ein ziemlich breit aufgestelltes Portfolio in der Zeitmeisterreihe. Dann gibt es die Wempe Chronometerwerke. Das ist die etwas teurere Linie. Hier befinden sich die Uhren im Bereich von 40 bis 43 mm, zumindest die, die ich gesehen habe. Optisch sehr ansprechende Uhren für mich dabei. Preislich zwischen knapp 4.500 Euro und knapp 7.000 Euro bei dem, was ich ermitteln konnte. Ich bin jetzt nicht auf die Suche gegangen, ob es Sondermodelle in Edelmetall gibt. Würde gut zur Wempe passen, habe ich aber bei meiner Durchsicht nicht gefunden. Und eine dritte Linie ist die Ironwalker-Linie. Ich habe selber eine Uhr aus der Ironwalker-Linie und bin sehr zufrieden damit. Geht sehr genau, sieht super aus, macht mir richtig Freude. Geht bei 40 mm los nach meinem Kettnisstand für 2.375 Euro und geht hoch bis zu der Chronograph-Sonderedition von knapp 4.000 Euro. Der Standard-Chronograph würde kosten 3.675 Euro. Preislich dazwischen angesiedelt sind die Ironwalker Taucheruhr und die Ironwalker GMT. Die Taucheruhr für 2.975 Euro und die GMT für 3.175 Euro. Eine, wie ich finde, sehr interessante Marke mit einer klaren, freundlichen Kommunikation, die mich nicht komplett glücklich gemacht hat. Aber immerhin habe ich eine Antwort bekommen, schnell eine Antwort bekommen und eine eindeutige Antwort bekommen. Insofern von meiner Seite überhaupt kein Vorwurf an Wempe für die Absage, sondern ein Dankeschön für die klare Kommunikation. Für euch tut es mir leid, denn euch hätte ich sehr gerne mehr Bilder dieser schönen Uhren gezeigt. In diesem Sinne, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos, hoffentlich mit mehr Bildern. Bis dahin, tschüss, euer Axel.